Um dein Fitnessarmband zu laden, entferne zunächst vorsichtig die Technikeinheit aus der Gummihalterung des Armbands. Verbinde dann die Technikeinheit über die Ladekontakte mit dem mitgelieferten USB-Adapter. Das Fitnessarmband kann an handelsüblichen USB-Anschlüssen geladen werden, wie sie in den meisten PCs, Laptops oder Ladeadaptern zu finden sind. Achte bei Ladeadaptern für Steckdosen darauf, dass diese nicht mehr als 1 Ampere liefern, um Schäden am Fitnessarmband zu vermeiden. Um sicherzustellen, dass das Fitnessarmband lädt, wird eine Ladeanzeige auf dem Display angezeigt und die Technikeinheit vibriert. Bei einem tiefenentladenden Fitnessarmband kann dies bis zu 15 Minuten dauern. Das vollständige Aufladen dauert etwa eine Stunde.